In diesem Video geht es um die besten Exzenterschleifer. Der Qualitätssieger in unserem Exzenterschleifer-Test geht an den Bosch Pax 400 Astronomische Einheiten. Durch seine kompakte Bauweise liegt der Pax 400 Astronomische Einheiten von Bosch besonders gut in der Hand und ermöglicht eine einfache Anwendung für jedes Heimwerker-Projekt, beispielsweise beim Aufarbeiten von alten Holzstühlen oder anderen Möbelstücken. Mit Hilfe der integrierten stufenlosen Drehzahlregelung lässt sich die Schwingzahl des Pax 400 Astronomische Einheiten optimal auf das zu bearbeitete Material abstimmen. Abschleifen von alten Möbeln, Türrahmen und Treppenstufen oder Zwischenschliff von lackierten Oberflächen mit Hilfe der integrierten stufenlosen Drehzahlregelung lässt sich die Schwingzahl des Pax 400 Astronomische Einheiten optimal auf das zu bearbeitete Material abstimmen. Der Exzenterschleifer verfügt über ein Mikrofiltersystem, das den Staub automatisch in der integrierten Filterbox sammelt. Diese kann man nach der Anwendung einfach in den Mülleimer ausleeren und somit spart man sich mühsames Saugen. Bequeme und ermüdungsarme Anwendung für alle Projekte dank vibrationsarmer Arbeit. So wird selbst das Bearbeiten von größeren Oberflächen zum Kinderspiel. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der DEWALT DWE 6423. Exzenterschleifer gehören zur Grundausstattung der meisten Werkstätten und sind für die professionelle Oberflächenbearbeitung unverzichtbar. Der Exzenterschleifer DWE 6423 verfügt über eine Klettfix-Aufnahme für 125 mm Schleifpapiere und ermöglicht dank regelbarer Motordrehzahl materialgerechtes Arbeiten. Seine Motorbremse wurde so optimiert, dass die Schleifplatte noch schneller stillsteht und damit Beschädigungen am Werkstück verhindert. Staubarmes Arbeiten ist mit Hilfe des integrierten Airlock-Adapters möglich, so lässt sich der Schleifer schnell und einfach an den Staubsauger anschließen. Ohne Abstriche bei der Geräteleistung bedeutet dies für den Anwender mehr Sicherheit beim Arbeiten und ein geringeres Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Durch seinen niedrigen Schwerpunkt lässt sich der Exzenterschleifer äußerst komfortabel handhaben. Dazu trägt ebenfalls der ergonomisch geformte Griffbereich mit seiner großflächigen Gummierung bei. Damit bietet das Gerät einen stets sicheren Griff und ein Plus an Kontrolle. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Exzenterschleifer-Test ist der Bosch GEX 125. Der GEX 125 Professional ist Boschs kabelgebundener Einsteiger-Exzenterschleifer in der 125 mm Kategorie. Er wurde extra für kleine Flächen und kleinere Reparaturarbeiten konstruiert. Sein kompaktes und ergonomisches Design mit variablen Griffpositionen bietet hervorragenden Komfort auch bei Arbeiten über Kopf. Die Drehzahlvorwahl ermöglicht eine Verwendung für verschiedenste Materialien. Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Mikrofilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten. Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen auf verschiedensten Materialien. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click-in-Clean-System kompatibel. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal.